das perfekte zertifikat für deinen trade ich habe gerade für euch einen basiswert analysiert und das ergebnis der analyse ist eindeutig die aufgabenstellung lautet jetzt ich möchte diesen trade mit dem geringst möglichen kapitaleinsatz umsetzen wenn ihr wissen wollt um welchen basiswert es sich handelt und wie man das richtige zertifikat findet dann schaut euch dieses video an los gehts ich begrüße euch ganz herzlich hier im tradermacher kanal selbstverständlich hoffe ich es geht euch gut heute also das thema zertifikate ich habe gerade eben eine analyse fertiggestellt und ja in meinem depot ist es nicht ganz so entscheidend dass ich einen geringstmöglichen kapitaleinsatz habe und ich denke aber das ist bei vielen anderen nicht so gerade wenn man mit dem trading beginnt dann ist das handelskapital in aller regel überschaubar und dann möchte man natürlich so wenig wie möglich kapital in einem trade binden um flexibel zu bleiben und auf andere handelssignale reagieren zu können und genau das möchte ich in diesem video machen ich gehe also gleich schritt für schritt mit euch zum einen die analyse durch und zum anderen zeige ich euch dann wie finde ich das richtige zertifikat für meinen trade ich möchte nur vorher noch einen kleinen ja ein ganz kleines wort zum thema hebel verlieren also ich habe beim tradermacher report schon die ein oder andere e mail mit lesern geschrieben und da heißt es dann manchmal es sei ja wie haben sie es genannt ja es sei in irgendeiner form anstößig oder es würde wie effekthascherei wirken wenn ich dort mit hohen hebeln agiere dazu muss man ganz klar sagen der hebel eines zertifikates sagt überhaupt nichts darüber aus wie spekulativ ich jetzt unterwegs bin entscheidend ist einzig und allein wie viel kapital meines depots riskiere ich ich habe schon videos darüber gemacht bei mir sind es in der regel ein prozent des depots welches ich riskiere häufig auch weniger also ein eher defensives money management ob ich dann einen hebel von 10 oder einen hebel von 50 verwende das sagt nichts darüber aus wie spekulativ dieser trade ist denn ob ich 1000 euro in ein zertifikat mit einem hebel von 10 investiere oder ob ich 200 euro in ein zertifikat mit einem hebel von 50 investiere das ergebnis wird unter dem strich dasselbe sein der unterschied ist nur dass ich in dem einen trade in der einen position weniger kapital einsetze also wenn man natürlich das gleiche kapital und unterschiedliche hebel verwendet dann hat man unterschiedliche risiken aber es ist doch völlig klar dass die das kapital welches ich investiere angepasst ist auf den hebel welches mein zertifikat der wahl aufweist so dass also mal vorab und ja jetzt gehen wir doch einmal den trade durch und dann zeige ich euch schritt für schritt wie ich das richtige zertifikat finde schaut euch dafür bitte meinen monitor an los geht es was wir hier haben das ist der us dollar zum kanadischen dollar vorab schon mal der hinweis ich gehe jetzt auf diese analyse ein aber nicht in allen details denn in diesem video geht es im wesentlichen darum wie finde ich das richtige zertifikat für meinen trade deswegen in aller kürze hier also us dollar gegenüber dem kanadischen dollar und zwar in einem sehr langfristigen chart also über wo sind wir ja knapp sieben jahre und mir ist dieser wert aus zweierlei gründen aufgefallen den einen zeige ich euch gleich noch im tageschart der andere grund ist eine saisonalität die mir aufgefallen ist us dollar zum kanadischen dollar hat eine ausgeprägte saisonale auffälligkeit das bedeutet dass in etwa ja innerhalb der nächsten ein bis zwei wochen eine schwache phase ansteht und das passt zu meiner analyse ich gehe also davon aus dass der us dollar zum kanadischen dollar zum einen hier noch auf diesen unterstützungsbereich bis 1 27 6 fallen kann im anschluss sogar hier bis unten auf 1 21 5 also das ist ein positions trade der sich über mehrere wochen hinziehen kann jetzt zeige ich euch noch mal im tageschart worum es geht beziehungsweise wodurch mir dieser wert überhaupt aufgefallen ist ihr seht seit april 2016 gab es hier eine aufwärtsbewegung als reaktion auf die ja auf die verluste des vorjahres diese aufwärtsbewegung fällt aber relativ schwach aus insbesondere wurde hier diese trendlinie die wir einzeichnen können die wurde vor einigen wochen unterboten ja ich zeichne sie euch einmal ein dann gehen wir noch mal etwas näher ran und ihr seht hier einen fehlausbruch anschließend lief der wert noch mal hier an diese aufwärts trendlinie heran und es ist durchaus möglich dass in den nächsten tagen solange hier das tief nicht unterschritten wird sich der wert noch etwas nach oben hangelt das wäre mir durchaus recht denn ich bekäme dann einen besseren einstiegskurs und muss weniger bezahlen für meinen trade abzubrechen beziehungsweise zu beenden wäre diese spekulation spätestens dann wenn hier der us dollar zum kann dollar auf wochenbasis über 133 22 ansteigt ja wenn wir das mal etwas fortschreiben dann sieht man auch dass hier also der ausstieg zwingend notwendig ist denn dann kann der us dollar zum kann dollar noch steigen bis 135 oder sogar darüber wer sich dann hier oben also knapp über um 135 5 fällt das muss man dann sehen aber aus meiner sicht ist die spekulation dann abzubrechen also soweit nur die groben details und jetzt geht es darum einen ein passendes zertifikat zu finden für diesen short trade ich werde den stopp etwas höher platzieren denn natürlich ist klar ihr seht die um diese linie herum um diesen widerstand herum kann es durchaus fehlausbrüche geben und bei denen möchte ich nicht rausfliegen das bedeutet mein stopp wird hier oberhalb der letzten gehandelten kurse liegen also bei 134 um den dreh ich habe dann auch ein sehr passendes chance risiko verhältnis die ziele auf der unterseite habe ich euch gezeigt also noch mal als kleiner warnhinweis hier sehen wir erneut eine kleine flagge und die kann sich noch ein bisschen hinziehen der ideale einstiegszeitpunkt wäre also vermutlich hier in höhe ja zwischen 132 und 133 direkt abwärts gehen sollte es beziehungsweise die anzeichen mehren sich dann wenn der kurs per tages schlusskurs die notierung hier unter 1 30 20 abrutschen dann lautet das ziel direkt 1 27 8 ungefähr dann kann sich also diese abwärtsbewegung die von mir erwartet wird direkt materialisieren kommen wir also dazu wie finde ich das passende zertifikat es gibt mehrere seiten auf denen ihr fündig werden könnt ich habe mit keiner dieser seiten irgendeine art von kooperation also ob ihr jetzt onvista nehmt ob ihr direkt auf die seite der emittenten geht oder was auch immer das bleibt euch überlassen die suche läuft aber überall ähnlich ab ich habe jetzt mal onvista genommen die haben mir früher besser gefallen als die seite noch nicht so überfrachtet war ich habe euch schon gesagt ich wohne hier auf dem land insofern ist meine internetverbindung naja so mas au menos aber wir nehmen jetzt mal onvista und suchen das passende zertifikat wir gehen also hier oben auf devisen der basiswert den ich suche ist der us dollar zum kanadischen dollar wo haben wir wir haben ihn hier so dann nehme ich mir erst mal den entsprechenden wert und da sind wir dann schon auch dann gehe ich hier oben auf zugehörige ja ihr seht hier diese auswahl und ich möchte ein zertifikat und zwar ein ko zertifikat hier habe ich zwei basiswerte ja natürlich suche ich den hier also us dollar zum kann dollar als währung dann komme ich zur auswahl basiswert habe ich bereits gewählt us dollar kann dollar zertifikate typ nehme ich ein knockout ich möchte ja einen möglichst geringen kapitaleinsatz und den bekomme ich immer dann wenn der knockout in höhe meines stops liegt emittenten lasse ich jetzt mal alle drin fälligkeit auch währungsgesichert brauche ich nicht ich möchte einen put haben und jetzt die knockout schwelle da trage ich ein 1,34 bis 1,34 5 ja ich habe natürlich testweise diese suche schon mal vorgenommen dann die merkmale den konstanten hebel nehme ich mal raus das sind in der regel faktor zertifikate ich möchte aber ein normales ko zertifikat haben die laufzeit ist erstmal egal auf suche starten dann schauen wir mal was dabei raus kommt und sehen hier zertifikate sechs stück von der deutschen bank und von von tobel und ich möchte nun für euch mal ein zertifikat rausnehmen mit einem open end also ihr könnt natürlich auch einen einen festen ein festes datum nehmen aber bei open end weiß ich dass die dass das zertifikat eben durchgehend weiter läuft und das ist für meine zwecke jetzt durchaus passend ich wähle also hier indem ich auf die wkn gehe einmal das zertifikat aus und schaue mir nochmal ganz genau die einzelnen parameter an und erkenne hier unten ihr seht also die knockout schwelle bei 1,34 06 das ist passend und wir haben hier die produktbeschreibung dieses knockout produkt eine unbegrenzte laufzeit wird die knockout barriere während der laufzeit erreicht verfällt das knockout produkt wertlos da liegt also mein stop bei 1 34 06 das ist passend und ich kann exakt das kapital einsetzen welches ich bereit bin zu verlieren bevor ich aber jetzt aktiv werde und das zertifikat kaufe wie schon gesagt mir wäre es eh lieber wenn der basiswert vorher noch etwas steigt damit ich einen besseren einstiegskurs habe schaue ich mir noch mal auf der seite der emittenten an ob das wirklich alles auch so passt es gibt nämlich bei diesen suchmaschinen immer wieder mal den fall dass die daten nicht korrekt übernommen werden also die datenbank nicht korrekt ist das können wir überprüfen indem wir direkt auf die seite des emittenten gehen in dem fall ist das die deutsche bank wir brauchen also die wkn dm0jg1 dann gehe ich hier auf xmarkets das ist die homepage der deutschen bank für ihre hebelprodukte dm0jg1 gebe ich hier oben in der suchfunktion ein ich glaube habe ich die auswahl gerade eben schon bekommen und dann schauen wir uns die produktdetails hier noch einmal an so wir sehen das passt es ist ein open end zertifikat und hier das ist das entscheidende 1 34 06 ist bestätigt also vom emittenten dort liegt die ko schwelle und jetzt heißt es abwarten also mir wäre es wie gesagt ganz lieb wenn der kurs sich noch mal etwas erholt richtung 1 31 5 vielleicht sogar 1 32 prozyklisch also bei einem rutsch unter 1 30 22 kann man natürlich aktiv werden man muss dann allerdings eventuell ein anderes produkt wählen denn völlig klar ist wenn ich bei 1 30 short gehe und ich habe einen stopp hier bei 1 34 ja dann sind das 400 pips also selbst das erreichen das erst des ersten ziel ist hier bei 1 27 8 hier unten selbst das gibt mir noch nicht ein chance risiko verhältnis von 1 und das ist unpassend hier bräuchte man also eventuell ein zertifikat mit einem niedrigeren knockout oder man passt die positionsgröße an soweit also zu den plänen wenn ihr fragen habt zu der suche dann lasst es mich wissen aber auf diese art und weise könnt ihr jedes zertifikat ermitteln für eure pläne wie ihr seht es ist nicht allzu schwierig und völlig klar ist natürlich auch wenn ihr diesen trade nachbildet es ging in diesem video im wesentlichen darum wie ich das richtige zertifikat finde aber wenn ich hier schon mit fakten aufwarte und euch zeige welche werte ich im fokus habe ja dann sollte euch klar sein ihr setzt das natürlich auf eigenes risiko um das ist keine empfehlung von mir das ist nur eine analyse die ich euch gezeigt habe was ihr dann daraus macht und wie ihr vielleicht auch anders daran geht das überlasse ich euch also wenn ihr noch fragen habt dann stellt die sehr gerne in der kommentarfunktion das thema zertifikate ist ja ein äußerst breites ich kann mir also vorstellen dass der ein oder andere noch denkt ja was soll ich zum beispiel für einen emittenten wählen oder welche laufzeit was gibt es für unterschiede bei den zertifikaten stellt mir diese fragen in der kommentarfunktion dann weiß ich was euch interessiert und worüber ich videos machen soll also gehe ich dann sehr gerne drauf ein und ansonsten kann ich euch nur bitten den kanal zu abonnieren und am besten auch die kleine alert funktion also dieses glöckchen zu aktivieren dann bekommt ihr nämlich eine nachricht wenn das nächste video hochgeladen ist solltet ihr nicht verpassen das nächste es lautet nämlich virtual trading werden wir bald alle zu menschlichen handelsrobotern es gibt da sehr interessante entwicklung und die habe ich mir für euch mal genauer unter die lupe genommen das soll es für heute gewesen sein wir sehen uns dann auf jeden fall kurzfristig wieder also nicht vergessen nutzt die kommentarfunktion bis dann macht's gut und 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 und